Giuseppe Ungaretti, für alle Zeit, ohne ein Gran von Ungeduld gehe ich ans Träumen, mache mich an die Arbeit, die nicht mehr enden kann. Und nach und nach, an der Spitze, tun sich den wiedergeborenen Armen hilfreiche Hände auf. In deren Höhlung tauchen die Augen auf, wieder spenden Licht aufs Neue. Du wirst auferstanden sein, unversehens, eine unversehrte, und es geleitet mich erneut deine Stimme. Für alle Zeit sehe ich dich wieder. Rom, am 24. Mai 1959